Tag auch und willkommen zur Priester-Herausforderung. Die äußeren Karten sind für einen meiner richtig gut, die mittlere ist ein bisschen schwach im Vergleich. Dann eröffnen wir mal mit dem Gottesschild-Panzer. Falls er euch zaubern möchte, knacken wir mal Diener nachher und entfernen da drüben schon mal seinen Diener. Dann haben wir uns auch für den richtigen entschieden. Ja, super, nehmen wir. Holen wir uns mal ihn hier. Holen wir uns mal ihn hier. Chromago ist hinterher. Ja, Chromago ist Mariner, wir wollen dich machen. Machen wir es damit. Offenbar brauchen wir für die Klassen-Herausforderungen hier im Schwarzenfels nicht gerade lange. In der nächsten Folge gehen wir jedenfalls die Druiden-Herausforderungen an. Bis neulich! Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020